In Zeitz finden sich gleich sieben bedeutende Bibliotheken. Ein einzigartiger Schatz auf engstem Raum. Im September 2019 haben sich auf Initiative der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatsstifts Zeitz diese sieben Bibliotheken zu einer informellen Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, der Zeitzer Bibliotheksinitiative. Die Bibliotheken verfügen alle unter anderem über herausragende historische Bestände, die in der Region und weit darüber hinaus von höchster kulturhistorischer Bedeutung sind und daher einen zentralen Baustein in der reichen kulturellen Zeitzerlandschaft darstellen. Die Initiative möchte gemeinsam für die Bibliotheken ihre Schätze und ihre Aktivitäten in Zeitz werben, die Öffentlichkeitsarbeit miteinander abstimmen und insgesamt zu einem positiven Image der Stadt Zeitz beitragen. Als erstes soll ein gemeinsamer Flyer für die Bibliotheken entworfen werden. Die Öffnungszeiten der Einrichtungen sollen aufeinander abgestimmt und nach außen kommuniziert werden. Weitere Pläne sind gemeinsame Aktionen durchzuführen und zu etablieren, wie beispielsweise einen Bibliotheksmarathon mit Führungen durch alle Häuser, Vorlesetage, Aktionen für Kinder und Jugendliche. Außerdem soll im Internetauftritt der Stadt Zeitz auf alle Bibliotheken der Stadt hingewiesen werden. Darüber hinaus wollen sich die Vereinigten Domstifter und die Stadt Zeitz mittelfristig im Rahmen der Bibliotheksinitiative gemeinsam mit den Bibliotheken vor Ort um die Ausrichtung der Literaturtage Sachsen-Anhalt bewerben, um die Zeitzer Bibliotheken als wegweisende Kultureinrichtung, aber auch die gesamte Region mit den Städten Merseburg, Naumburg und Weißenfels nachhaltig ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.